»The Boy and the Heron« mag vielleicht nicht der letzte Film sein, welcher der seit gefühlten Ewigkeiten eigentlich Ruheständler und Großmeister des Anime-Kinos Hayao Miyazaki machen wird, er fühlt sich aber definitiv wie ein Vermächtnis an, ein »was ich noch zu sagen« hätte, welches einerseits die Poesie all seiner wunderbaren Fantasy-Welten heraufbeschwört, diese aber andererseits kompromisslos wie noch nie auch immer wieder dekonstruiert. Dieses Werk ist abgründiger, bisweilen auch deutlich finsterer als seine Vorgänger. Hatte mein Lieblingsfilm von Miyazaki, Nausicaä, noch melancholisch betrübte Bilder für die schleichende Vernichtung der Natur durch den Menschen kreiert, die zwar unmissverständlich aber nie fernab der magischen Welt waren, scheint der Künstler hier nie in Gänze an die Kraft der Entrückung zu glauben, daran, daß man wie in Pans Labyrinth mit der Macht der Fantasie zur Not auch den Frankofaschismus besiegen kann. Bitte keine Briefe, ich weiß, daß Deltoros Meisterwerk noch ein ganzes Stück tiefgründiger ist als diese grob vereinfachte Interpretation. Miyazaki bleibt ein Träumer, ein Meister der Zeitverdichtung und des Schwelgens im Kuriosen, Seltsamen, er zieht nur hier komplett andere Schlüsse als früher. Fast scheint es, als würde er uns auffordern, seine wunderbaren Welten hinter uns zu lassen und uns den sehr realen Problemen unserer einzigen, sehr realen Welt zu widmen. Diese Dringlichkeit, so sie überhaupt jemals vorhanden war, habe ich bei ihm noch nie so stark ausgeprägt gespürt wie bei »The Boy and the Heron«, was gar nicht heißen soll, daß dies nicht auch ein urtypischer Miyazaki ist, mit seinem atemberaubend brillantem Gespür für bildhaftes Erzählen, seiner traumwandlerischen Leichtigkeit, seiner wunderbaren Weirdness, seiner Animation, die ein durchgehender Augenschmaus ist. Und noch weniger will ich sagen, daß ich diesem Film seine erwachsenere Grundhaltung übel nehme, im Gegenteil, besitzt er dadurch doch Reibungen, Widerhaken, Paradoxien, die es schon immer gab, aber noch nie in dieser mich komplett umwerfenden Rohheit. Ich mochte Miyazakis Filme immer sehr gerne, würde mich aber nicht als Fan bezeichnen. Gerade weil es »The Boy and the Heron« den geneigten Zusehenden alles andere als leicht macht, hat er mich persönlich so viel mehr gekriegt als seine Vorgänger. Mein Geist wandert immer wieder zurück zu diesem wunderbaren Film, wobei Herz und Hirn gleichermaßen involviert sind. Sollte dies tatsächlich das letzte Mal sein, daß Miyazaki uns mit ganz großem Kino beschenkt, wird mich das sehr betrüben, andererseits hätte es wohl kaum ein besseres Finalwerk geben können als »The Boy and the Heron«, welches uns ein letztes Mal an die Hand nimmt und uns in die Welt der Träume entführt, um uns dann aber inständig darum zu bitten, aufzuwachen und unseren Kram gebacken zu kriegen. Immens vielschichtiges, geniales Spätwerk, eines der allergrößten. Sollte dies unsere Rätsel-Geräusche. Sollte dies nach dem láte die Hand nehmen. Sollte dies das etwa die Handeln. Sollte dies auch auf die Handeln. Untertitelung des ZDF, 2020